Siehenschule Frankfurt am Main Zum wiederholten Mal seit 2004 besucht Trude Levi, ungarische Jüdin, 1924 geboren, Überlebende von Auschwitz, Zwangsarbeit und Todesmarsch, unser Gymnasium. Sie wird nicht müde, uns Heranwachsenden von den Schrecken der Nazizeit zu berichten. Doch warum ist dieser Holocaust verabscheuenswürdiger, ekelerregender, böswilliger und noch schmerzlicher als alles, was in der Geschichte schon früher geschah? Es ist keine Frage von Zahlen. Millionen von Schwarzen hat man in ihrer Geschichte umgebracht. Millionen angeborene Australiens. Wer kann die Armenier messen? Wer traut sich, die amerikanischen Indianer zu zählen? Nein, es geht nicht um Zahlen. Dieser Völkermord ist vor allem anderen verschieden wegen seiner vollendeten und obszönen Tüchtigkeit. Massenmord, wo keine Minute verloren gegangen ist, Massenbeerdigung, wo nichts verschwendet wird. Menschliche Haut für Leselampen, menschliches Fett für Seife, menschliches Haar für Kissen, menschliche Zähne für Investition. Keine Verschwendung. Es ist ein System, das in jedem Detail längst in voraus ausgedacht, geplant und koordiniert wurde. Verwaltet mit der ausgeklügelsten und zantanischsten Technologie. Das ist der Kern seiner Obszenität. Darum ist es anders. In der ganzen Geschichte der Ermordung der geopferten Völkern gab es nie eine vollständigere, eine klüger ausgedachte, eine raffiniertere, eine schrecklichere Kabalkade des Greuers. Lieber Gott, die soll niemand vergessen. Nie, nie, nie. Ich habe noch eine Frage, und zwar ganz viele ältere Menschen, die Opfer der Shoah waren, sagen bis heute, der Hass gegen die Deutschen, das, was sie uns angetan haben, ist unverzeihbar. Und das werde ich ihnen bis zu meinem Tod nicht verzeihen. Aber sie sitzen jetzt Gott sei Dank hier und erzählen uns ihre Geschichte. Wie überwinden sie das denn, wirklich in dieses Land zu kommen, wo eigentlich die grausame Tat herkommt? Ihr seid ja nicht dieselben Leute. Ihr seid ja eine andere Generation. Die zweite und die dritte und die vierte Generation, die haben nicht ein gewisses Wissen zu haben. Sie müssen es lernen. Sie sollen darüber wissen und nachdenken. Aber ihr seid ja nicht schuldig dran. Warum soll ich nicht kommen und zu euch sprechen? London, 2010. Lara, Jenny und Mark aus unserer Projektgruppe sind nach London gefahren, wo Trude seit 1957 lebt und gearbeitet hat, um noch mehr über ihr Schicksal zu erfahren. Wir hatten uns ein Jahr zuvor mit drei Lehrerinnen und einem Filmteam zusammengefunden, um Trude Levis Erinnerungen in einem Film festzuhalten. Denn in Zukunft wird es keine Zeitzeugen mehr geben, die uns erzählen können, was damals geschehen ist. Und da ist der wichtigste Geburtstag, den die Familie in Wien feiert. Und das kleine Mädchen bin ich. Das am Tisch steht hier vorne. Das kleine Mädchen. Ich bin in Ungarn geboren. Meine Mutter war Wienerin und sie hat nie richtig Ungarisch gelernt. Und dadurch bin ich zweisprachig erzogen worden. Also Deutsch und Ungarisch zur selben Zeit, da ich ja in Ungarn gelebt habe und in ungarische Schulen gegangen bin. Also meine Mutter war Jüdin, mein Vater war auch ein Jude. Er war ein Gynäkologe. Aber er hat meistens sehr viel als allgemeiner Arzt gearbeitet. Und er war auch politisch sehr tätig. Er hat Artikel geschrieben, er hat Vorträge gehalten. Er hat aber auch danach gelebt. Er war ganz links Sozialdemokrat. Die meisten Patienten waren Patienten, die nicht bezahlen konnten. Er hat sie genauso behandelt als alle die anderen Patienten, die bezahlen konnten. Und heute gibt es eine Tafel am Haus, wo seine Ordination war, wo geschrieben ist, das ist das Haus, wo Herr Dr. Deje Moschani, der Arzt der Armen, verschleppt wurde am 22. April 1944 für Deportierung. Und es war ein sehr interessantes Heim, in dem ich aufgewachsen bin. Wir hatten nicht viel Geld, aber wenn wir Geld hatten, ging es für Bücher oder für Noten. Einmal in der Woche gab es Kammermusik bei uns mit Freunden. Und die Gespräche waren über Politik, über Wissenschaften, über Kunst, über Musik. Was immer eben wichtig war, hat man darüber gesprochen. Also es war ein sehr interessantes Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Das waren Sie? Da war ich ein ganz hübsches Mädel. Süß. Fünf Jahre. Ah, fünf? Ja. Wie war eigentlich die Beziehung zu Ihrem Vater? Zu meinem Vater? Es war, solange ich sehr jung war, war es sehr gut. Im Moment, dass ich älter geworden bin und dass ich ausgegangen bin mit Burschen, dann ist es sehr, sehr schlecht geworden. Er war auch schrecklich eifersüchtig auf mich. Und es war sehr, sehr unangenehm. Und ich wollte weg von zu Hause. Ich habe mich auch mit meiner Mutter nicht sehr gut verstanden, aber ich wollte weg. Ja, Ungarn war sehr antisemitisch und hat einige Restriktionen, also Beschränkungen, hereingebracht gegen die Juden. Immer mehr und mehr. Mein Vater war Postarzt, er war auch Bahnarzt, sehr schlecht bezahlt. Aber auf jeden Fall hat er doch etwas da verdient. Man hat ihn rausgeschmissen, weil er Jude war. Ich durfte nicht mehr an eine Universität oder in eine Lehranstalt gehen. Ich habe sehr großes Glück gehabt, weil in Budapest gab es seit zwei Jahren, also seit 40, gab es eine Lehranstalt. Nein, seit 41 gab es eine Lehranstalt, die die Buddha-Jüdische Gemeinde aufgestellt hat. Und da für 30 jüdische Mädchen ausgebildet zu werden, um Kindergärtnerinnen und Säuglingspflegerinnen zu werden. Und ich habe mich gemeldet da und ich wurde aufgenommen. So habe ich sehr, sehr großes Glück gehabt. Ich bin nach Budapest gezogen. Mein Vater wollte nicht, dass ich nach Budapest gehe, aber meine Mutter hat mich sehr unterstützt damals und ich bin dann nach Budapest gegangen. Und ich habe aber kein Geld von meinem Vater bekommen. Ich habe aber einige Sprachen schon gesprochen. Und so habe ich Unterricht gemacht, um mich zu erhalten. Also ich habe den Kurs gemacht. Das war ein sehr, sehr intensiver, hochinteressanter Kurs, den ich ein Jahr lang gemacht habe. Und es war wirklich ein fantastischer Kurs. Und dann sind die Deutschen gekommen. Und ich habe hier noch ein paar. Und das Bild wurde in 1941 gemacht. Und ich war 17 Jahre alt. Und ich sagte, wir waren ganz normale, junge Leute. Und an diesem Bild bin ich die Einzige, die 1945 noch am Leben war. Alle anderen sind umgekommen. Das nächste Bild ist ein schöner Ausflug, auch in 1941, zu einer sehr schönen romanischen Kirche, Jark. Und das war mit dem Rad. Und ich bin auf der Seite hier, die letzte, am Rand. Und die Geschichte ist ganz dasselbe. Ich bin die Einzige in der ganzen Gruppe, die noch am Leben war, in 1945. Und das dritte Bild ist am Strand. Das war ein Jahr früher. Ich war 16 Jahre alt, 1940. Und da bin ich mit vier hübschen Jungen. Aber die hübschen Jungen waren nicht mehr. Die sind umgekommen. Ich war die Einzige, die am Leben geblieben ist. Und das war das Schreckliche, dass nach dem Krieg, alle meine Freunde und alle, alle sind verschwunden. Und ich war die Einzige, die da überlebt hat. 1944 war es schon ganz, ganz klar, dass Deutschland den Krieg verlieren würde. Und wir waren die einzige jüdische Einheit in ganz Europa, die noch nicht verschleppt wurde. In allen anderen Ländern, die einer nach den anderen besetzt wurde, wurden die Juden verschleppt. Aber wir waren und wir dachten, da der Krieg bald zu Ende wäre, dass wir Glück gehabt haben und wir es ohne verschleppt zu werden überlebt haben. Und am 19. März, es war ein wunderschöner Sonntag, nahm ich die Straßenbahn, die entlang der Donau ging, um zu einem Schüler zu fahren. Am Weg zurück waren entlang der Donau deutsche Tanks mit deutschen Soldaten, mit Maschinengewehr. Wir wurden besetzt, als es niemand, niemand mehr erwartet hatte. Die Organisation von den nächsten Wochen wurde von einem Mann namens Adolf Eichmann gemacht. Der hatte sehr, sehr große Übung. Seit 1941 hatte er alle die Deportationen und Verschleppungen organisiert. Und da ging es eins nach dem anderen wirklich ganz ohne Hindernisse. Auf jeden Fall, meine Eltern wollten, dass ich nach Hause komme und das war meine Wahl. Jetzt war das nicht so einfach. Juden durften ihn mit den Zügen nur mit spezieller Genehmigung fahren. Als ich die Genehmigung bekam, rief ich zu Hause an. Ich habe mit meinem Vater gesprochen und ich sagte ihm, in zwei Tagen bin ich zu Hause. Und er sagte noch, gut, dann werden wir deinen 20. Geburtstag, der am 23. war, halt einen Tag später feiern. Der Zug sollte ein sehr langsamer Zug sein und die Fahrt sollte acht Stunden dauern. Sie hat noch länger gedauert. Wir hatten einen Fliegeralarm und dadurch haben wir Zeit verloren. Für mich war es ziemlich tragisch, weil dadurch sind wir einige Minuten nach sechs Uhr in meiner Heimatstadt, in meiner Geburtsstadt angekommen. Nach sechs Uhr durften keine Juden mehr auf der Straße sein. Und Juden durften mit der Straßenbahn nicht fahren. Mit der Straßenbahn hätte es mir sechs bis acht Minuten gedauert, bis ich zu Hause angekommen bin. Aber so musste ich durch die Stadt ziehen. Ich hatte einen vollen Rucksack, ich hatte einen schweren Koffer und ich hatte ein Cello in meinen anderen Arm. Es ging sehr langsam, weil sehr, sehr viele Leute gefragt haben, warum ich auf der Straße bin als Jüdin. Sie haben mich Saujüdin, Drecksau genannt, sie haben mich mit dem Fuß gestoßen, sie haben mich angespuckt. Das war meine Heimkehr in meiner Geburtsstadt und versicherte, dass ich nie in meinem Leben mehr Heimweh hatte. Als ich jetzt ankam, fand ich meine Mutter eine total gebrochene, alte, konfuse Frau. Die Wohnung war in totaler Unordnung. Alle unsere Bücher, über 3000, waren am Boden. Im Ordinationszimmer von meinem Vater waren die medizinischen Bücher, medikalischen Instrumente, Medizinen, alle in einem Haufen am Boden. Und mein Vater war nicht da. Mit schwerer Mühe und Not habe ich von meiner konfusen Mutter die Information herausgezogen, dass nach meinem Gespräch am 22., also zwei Tage früher, nach meinem Gespräch mit meinem Vater, kamen zwei ungarische Gendarmen und zwei deutsche SS-Männer und haben die Wohnung für subversive Literatur durchsucht. Wie ich sagte, war mein Vater politisch links sehr engagiert. Und dann haben sie ihn verschleppt. Und sie konnten nicht herausfinden, ob er noch am Leben war und ob, wenn er am Leben war, wohin er gekommen ist. Wir hatten überhaupt keine Nachricht mehr über meinen Vater. Die nächsten paar Tage sind ziemlich schnell rasch vergangen. Zwischen dem 24. April, als ich angekommen bin, und dem 7. Mai, mussten wir zuerst unsere Fahrräder abgeben, dann unsere Juwelen, dann unsere Sparbücher. Und am 7. Mai mussten wir je ein Gepäckstück nehmen, mit dem wir ins Ghetto gebracht wurden. Sombathai, die Hauptstadt der Provinz war, hat man alle Juden aus der ganzen Provinz hereingebracht. Wir waren 4.820 Menschen in diesem ersten Konzentrationslager. Meine Mutter und ich konnten nicht mehr in ein Gebäude herein, aber es war Ende Juni und es war ein sehr heißer Sommer. Wir haben auf der verseuchten Erde draußen geschlafen, wenn wir überhaupt geschlafen haben, ich erinnere mich nicht mehr. Auf jeden Fall, in der Früh, haben wir sehr früh, habe ich den Lautsprecher gehört, er hat 50 Freiwillige, wollten sie haben, um in eine Nachbarstadt eine Stunde entfernt mit dem Zug, die hieß Scharwar, um dorthin zu gehen. Ich habe beschlossen, und ich wusste nicht warum, dass meine Mutter und ich unter den 50 sein müssen. Meine Mutter wollte nicht kommen, ich habe sie brutal zum Sammelplatz gezogen, und als wir da waren, waren schon 49 Menschen da in der Reihe und ich habe brutal physisch eine ältere Frau herausgeschoben, damit wir zwei noch hereinkommen können. Wie ich sage, ich bin nicht sehr stolz darauf, wie ich mich damals benommen habe, aber das war das einzige Mal, dass ich mich so benommen habe. Als wir 50 waren, hat man uns in normale Waggons getan. Wir sind eine Stunde gefahren, und nach einer Stunde sind wir in Scharwar angekommen, und der erste Mensch, den wir getroffen haben, war mein Vater, von dem wir seit zweieinhalb Monaten überhaupt keine Nachricht hatten, und wir hatten keine Ahnung, ob er noch am Leben war oder nicht. Also wir freuten uns so, wie wir uns noch freuen konnten, in den Verhältnissen, unter diesen Verhältnissen, dass wir drei wenigstens zusammen waren. Wir waren da zwei Tage lang. Am dritten Tag in der Früh hat man uns in Tierwaggons einwagoniert. Die normale Anzahl der Menschen, die man in Tierwaggons einwagoniert hat, um sie in Konzentrationslager nach den Osten oder anderswo zu bringen, war 70 bis 90 Menschen. Bei uns sagten sie, wir wären privilegiert. Bei uns wären nur Intellektuelle, nur Ärzte, Advokate, Lehrer, Professoren, Wissenschaftler, Architekte und ihre Familien. Wir waren so privilegiert, dass man 120 von uns hereingeschoben hat in einen Tierwaggon. Als man uns eingesperrt hat, haben wir beschlossen, dass wir das in einer zivilisierten Art mitmachen werden. Wir haben von unserem Gepäck Bänke gebaut und wir haben uns hingesetzt, Rücken an Rücken, Ärmel eingezogen, Knie auf, Füße zwischen Füßen, ganz, ganz dicht aneinander. So konnten wir nur irgendwie sitzen. Wir hatten zwei Kübel für unsere menschlichen Bedürfnisse. Zuerst mussten wir überwinden unsere Inhibitionen, um die überhaupt zu benutzen. Wir waren ja Fremde, Männer, Frauen, Kinder, aber wir konnten nicht anders. Und leider waren zwei Kübel für 120 Menschen nicht genügend. Und der Dreck ist überflossen und mit jedem Ruck von Zug ist der Dreck überflossen und wir saßen im Dreck und wir konnten nichts dagegen tun. Es war ein sehr heißer Sommer, es war der Anfang von Juli und es war ein sehr heißer Sommer und wir haben Luft nötig gehabt. Die einzige Luft, die wir bekamen, war von zwei Öffnungen, je zwei Ziegel weit, ein Ziegel hoch, mit Stacheldracht versiegelt und da kam nicht genug Luft für 120 Menschen herein. Und dadurch wurden wir sehr, sehr bald total verdorrt. Wir wurden sehr, sehr durstig. Wir sprechen von Durst in unserem normalen Leben. Wir sagen, ach, ich bin so durstig. Aber Durst unter diesen Verhältnissen hieß, dass einem die Lippen total vertrocknet waren, dass sie gespaltet waren und schrecklich wehgetan haben, dass man noch ein hungrig war und man noch ein Stück Brot gehabt hat und hätte es gerne gegessen, aber man konnte nicht mehr schlucken, dass Leute hysterisch geworden sind, dass Leute angefangen haben zu schreien, dass Leute verrückt geworden sind, dass Leute Herzanfälle bekommen haben und gestorben sind. Und wir sind mit den Toten und mit den Verrückten und mit den Schreienden fünf Tage und fünf Nächte gefahren. Am sechsten Tag in der Früh sind wir irgendwo angekommen, der Zug ist stehen geblieben, man hat die Türen aufgerissen, man hat geschrien, raus, raus, schnell, schnell, lasst euer Gepäck, ihr werdet es später bekommen. Natürlich haben wir nie wieder etwas von unserem Haben erhalten oder gesehen. Meine Mutter ist während der Fahrt total zusammengeklappt. Man musste sie schon herausschleppen und ich hoffe, dass sie nicht mehr verstanden hat, was passiert ist. Eichmann, der das Ganze vorbereitet hat und der 433.000 Menschen in siebeneinhalb Wochen wegtransportiert hat, wir sind jetzt in Auschwitz angekommen, in Auschwitz sind jeden Tag 10.000 bis 14.000 Menschen angekommen, von denen man 90 Prozent sofort vernichtet hat. Eichmann hat das sehr, sehr gut vorbereitet. Er hat so gut vorbereitet, dass er die Schiene bis zu den Kaminen von den Krematorien und den Gaskammern gebracht hat, dass wir dort ganz angekommen sind, dass man keine Zeit vergeudet hat, um uns hinzubringen. Also, als wir ankamen, kamen wir neben einem rauchenden Kamin an und es war ein ganz, ganz gemeiner Gestank. Wir wussten nicht, woher das kommt, aber wir haben sehr bald erfahren, dass das kam von den brennenden Körpern, die in den Krematorien verbrannt wurden. Und der Gestank und der Rauch blieb mit uns die ganze Zeit, während wir in Auschwitz waren. Tag und Nacht haben die Kamine funktioniert und die Gaskammern funktioniert, ununterbrochen. Wie ich sagte, hat man meine Mutter, ich habe gesehen, dass man sie zum Kamin, also in der Richtung, verschleppt hat. Aber als wir draußen waren, allererst hat man Männer und Frauen geteilt. Und das war das letzte Mal, dass ich meinen Vater gesehen habe. Und dann hat man mich auch von meiner Mutter weggenommen, weil sie wurde verschleppt in eine Richtung, also Kamin. Und ich musste auf die andere Seite gehen, wo jüngere Frauen waren, die wahrscheinlich so aussahen, dass sie noch stark waren und dass man sie als Sklavenarbeiter dann später benutzen konnte. Angenommen, die Deutschen wären nicht gekommen. Also es hätte kein Krieg stattgefunden. Was glauben Sie denn dann, bis es dann weitergegangen wäre? Was hätten Sie da eigentlich... Ich wäre wahrscheinlich ein anderer Mensch gewesen, wenn... Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wir jüngere Frauen hat man in eine eiskalte Halle hereingebracht. In dieser eiskalten Halle waren Männer da und ein paar Frauen, aber SS-Männer. Wir mussten uns ausziehen, ganz ausziehen. Und dann sind diese Männer gekommen und haben uns jedes Stück Haar an unserem Körper rasiert. Und als wir fertig waren mit den Rasieren, dann hat man uns ein Kleidungsstück hingeworfen. Ob es gepasst hat oder nicht, hat nichts ausgemacht. Wir konnten untereinander also tauschen. Und dann hat man uns herausgejagt. Auschwitz besteht aus drei Teilen. Auschwitz 1, 2 und 3. Die Kamine, die Gaskammern waren in Krematorien, waren in Auschwitz 2. Und man hat uns... Und ein weiterer Teil von Auschwitz 2 hieß Birkenau. Man hat uns nach Birkenau also etwas weiter weggeführt und wir sind in Birkenau angekommen. Birkenau bestand... Der Teil von Birkenau, wo man uns hingebracht hat, bestand aus ganz großen Holzbaracken, in denen überhaupt nichts war, außer einer gelblich-grauen Erde. Wir hatten keine Unterwäsche, wir hatten keine Schuhe, wir hatten nur ein Kleidungsstück. Wir hatten überhaupt nichts anderes. Wir hatten keinen Zugang zu Wasser, weder zum Trinken noch zu Waschen. Wir hatten überhaupt nichts, womit wir uns reinigen konnten. Die einzige Möglichkeit war, mit dem Saum von unserem eigenen Kleid uns ein bisschen abzuwischen. Also wir wurden sehr, sehr bald schrecklich dreckig versorgt, verseucht. Wir haben nicht sehr gut gerochen, sehr unappetitlich und wir konnten nichts dagegen tun. Wenn wir uns auf die Erde gesetzt haben, ist die poröse Erde an uns geklebt und wir konnten nichts dagegen tun. Wir hatten überhaupt keinen Ausweg. Wir waren auch Frauen und wir haben angefangen, nach zwei, drei Tagen haben wir angefangen zu menstruieren und wie ich sagte, wir hatten keinen Weg, uns zu wehren, weil wir hatten keine Unterwäsche, und wir konnten uns nicht reinigen. Und wir waren sehr, sehr unappetitlich. Aber wir konnten nirgends hingehen. Es gab keinen Schatten. Es gab nicht einen Grashalm. Es gab keinen Baum. Wir konnten nirgends einen Baum sehen. Nichts Grünes. Ein Vogel hätte sich bei uns nie verirrt. Wir haben keinen Vogel gesehen während der ganzen Zeit, wie wir genau waren. Es waren nur diese Holzbaracken und diese grau-gelbe, poröse Erde und die Zäune und die Wachtürme, die wir gesehen haben. Sonst überhaupt nichts. Jetzt war es so, Juden sind Leute wie alle anderen Leute. Es gibt Aggressive, es gibt Scheue. Es gibt Gute, es gibt Schlechte. Es gibt Leute, die beschlossen haben, dass ihr Überleben wichtiger war als alles andere. Und die waren schrecklich aggressiv. Von denen hat man unsere Kapus, unsere Leiter, ausgesucht. Von denen, die waren die, die unser Essen verteilt haben. nicht sehr gerecht. Weil sie haben immer für sich viel mehr genommen. Und mit der Mittagszeit mussten wir wieder in unsere Fünferreihen gehen und vor der Baracke stehen. Zuerst kam eine Suppe in dem selben großen Gefäß. Da waren ein paar Kartoffelstücke, einige Fleischfasern, ein paar Kohlblätter drin. Aber die, die das verteilt haben, haben das nicht gerührt. Also das blieb unten. Und sie haben die Flüssigkeit verteilt, die sowieso für uns das Wichtigste war, weil der Kaffee und die Suppe waren die einzige Flüssigkeit, die wir überhaupt bekommen haben. Keine andere Flüssigkeit. Für uns war das lebenswichtig. Nach der Suppe, also die Suppe wurde genauso in diesen Töpfen verteilt und wir haben sie getrunken, also was immer noch in den Topf war. Nach der Suppe kam das Brot. Das Brot war ungefähr so lang und es war ein schmales, vieräckiges Brot, vieräckiger Leib. Und der sollte in acht Teile geteilt werden. Wir sollten ein Achtel Brot bekommen. Aber leider, die Frauen, die das verteilt haben, haben das nicht in acht, sondern in neun oder zehn Teile verteilt, weil ein Scheibenbrot hieß Geld. Mit einem Scheibenbrot konnte man verschiedene Sachen kaufen. Man konnte ein Kopftuch kaufen. Oder wenn man mehrere Scheiben Brot gehabt hat und viele gesammelt hat, dann konnte man sogar Schuhe bekommen oder Unterwäsche und ein Kopftuch, um sich von der Sonne zu schützen. Manchmal auch sogar ein Glas Wasser oder ein halbes Glas Wasser, etwas zum Trinken. Und man konnte es auch essen als Zugabe zu ihrem eigenen Brot. Sehr viele sind zusammengeklappt von Sonnenstich, von anderen Schwäche, von Diarrhea, von anderen Krankheiten, von Hunger, von Durst. Wenn sie das Kleinste gezeigt haben, dass sie schwach sind, die kleinste Schwäche gezeigt haben, wurden sie weggeholt und das war das Ende von denen. Man hat nie wieder etwas über sie gehört. Also sogar, wenn man auf den Beinen sehr schwer stehen konnte und man musste versuchen, dass man es nicht zeigt, wie schwach man ist, weil sonst hätte man nicht mehr weiterleben können. Ich habe sehr viel Glück gehabt. Das werde ich noch einige Mal sagen, dass ich sehr viel Glück gehabt habe. Leute, die da im Lager waren, schon eine Weile, haben gesagt, dass die ungarische Deportation, die die allerletzte war, war die brutalste von allen Deportationen. Zum Beispiel hat man, man hat in allgemeinen 20 Minuten für die Vergasung gerechnet. Und bei uns hat man es auf zwölf Minuten heruntergesetzt, weil so viele reingekommen sind auf einmal und sie konnten es nicht fertig bringen. Und leider haben die Mütter ihren Kindern nichts Gutes getan. Sie haben die Kinder, um sie zu schützen, an ihr Körper gehalten. Und dadurch wurden die Kinder nicht richtig vergast und wurden noch lebendig in die Öfen geworfen. Und sehr viele von den Erwachsenen waren auch noch nicht total tot, als man sie in die Krematorien hereingeschoben hat. Wir waren da bis, also sieben, vier Wochen, viereinhalb Wochen. Wir sind am 7. Juli in Auschwitz angekommen, in Birkenau gebracht worden. Und am 2. August hat man uns noch früher aus der Baracke, in der Mitte von der Nacht, aus der Baracke gejagt. Aber diesmal mussten wir auf den Sammelplatz gehen. Und alle die Frauen von allen Baracken wurden auf den Sammelplatz gebracht. Man hat Birkenau, den Teil von Birkenau, ausgeleert. Wir waren ungefähr 14.000 Frauen da am Sammelplatz. Als wir alle da waren, hat ein Lautsprecher uns gesagt, wir müssten uns alle ausziehen. Also wenn wir nicht Geld, also Brot gehabt haben, um etwas zu kaufen, hatten wir ja sowieso nur ein einziges Gewand an uns und nichts anderes. Und so hatten wir, das war sehr leicht auszuziehen. Und da standen wir und es war schrecklich kalt und wir haben schrecklich gefroren. Und mehr und mehr Frauen sind zusammengebrochen und wurden verschleppt. Wir wurden immer weniger. Wir sind 14 Stunden da gestanden. Es war schon beinahe ganz dunkel, als endlich, man hat uns gesagt, wir müssen uns ausziehen, weil wir würden eine medizinische Untersuchung haben. Also 14 Stunden sind wir da gestanden, bis der Kommandant Höss und der Hauptarzt Dr. Mengele angekommen sind. Und wir mussten dann vor ihnen vorbeigehen und unsere Handfläche zeigen. Bis heute weiß ich nicht wofür. Und dann hat er gesagt, mach's Maul auf. Und er hat hereingeschaut. Wenn er, ich stelle mir vor, dass es das war, er wollte sehen, ob jemand Goldzähne oder Goldfüllungen hat. Damit er sie früher bekommt, hat er die rechts geschickt. Er hat auch viele andere Frauen rechts geschickt. Und die Frauen, die man rechts geschickt hat, als war das Ende für denen. Ich wurde links geschickt. Aber damals wusste ich ja nicht, was rechts und links bedeutete. Ich wurde links geschickt. Und uns, die links geschickt wurden, hat man in eine Kammer gebracht, wo Brausen waren. Bis dahin haben wir schon erfahren, dass aus Brausen entweder Gas oder Wasser kommt. Und wir sind da gestanden. Ich weiß nicht, waren es 30 Sekunden, waren es drei Minuten. Es schien eine sehr, sehr lange Zeit. Wir hatten Glück, Wasser kam. Und ich kann euch nicht sagen, was für eine Erlaubung für uns das war, unseren verseuchten Körper waschen zu können. Wir haben nicht gefragt, ob das Wasser vergiftet ist oder nicht. Wir haben es gesoffen. Wir haben so viel, wie wir nur in uns hereinbekommen konnten, getrunken. Und dann hat man plötzlich das Wasser abgesperrt. Und so nass, wie wir waren, sind wir wieder mal in diese eiskalte Halle gebracht worden. Und in dieser eiskalten Halle hat man uns noch einmal jedes Stück Haar am Körper rasiert, noch einmal desinfiziert mit einem sehr unangenehmen, sehr beißenden Flüssigkeit. Und dann mussten wir uns anstellen, um tätowiert zu werden. Wir standen da in einer Reihe. Aber ganz, ganz bald war ein Fliegeralarm. Und es war ja schon Abend, also Spätabend, es war schon Nacht. Draußen war es schon dunkel und jetzt sind die Lichter in der Halle ausgegangen und sie mussten die Tätowierung aufgeben. Wir waren tausend ungarische Jüdinnen und von denen wurden ungefähr 19 bis 20 tätowiert. Ich habe meine Nummer nie tätowiert an meinen Armen gehabt, wofür ich sehr fest bezahlen musste, mal später. Und als wir alle fertig waren, hat man uns wieder mal in Viehwagons einwaggoniert, aber nicht so viele wie früher. Es gab ein ganz wenig Stroh am Boden und da sind wir gesessen. Und wir sind durch die Nacht gefahren. Wir sind aus dem Osten, aus Auschwitz, nach der Mitte Deutschlands gebracht worden, in die Nähe von Kassel. Also 27 Kilometer von Kassel nach Hessisch-Lichtenau wurden wir gebracht. In der Mitte von Hessisch-Lichtenau gab es ein Lager. Und das ist der Rand des Lagergeländes. Ja, das Lager war hier und das war die Adolf-Hitler-Straße, später Gartenstraße, heute Dessler-Straße. Und hier sind sie durch, mit ihren Holzklonken durchgegangen, Richtung Bahnhof, wenn die Bahn fuhr. Und wenn sie nicht fuhr, dann eben zu Fuß weiter. Und dann sagen die Lichtenauer meinen, wir haben eigentlich nichts gesehen. Die Leute haben weggeguckt. Oder die Kinder sagten, ja, ich wollte ja gar nicht, aber die haben gesagt, du musst mit scheiß Jüdinnen brüllen, wenn die hier durchgingen. Wie uns Jürgen Jessen von der Geschichtswerkstatt Hessisch-Lichtenau erzählt, kämpften er und eine Projektgruppe der dortigen Gesamtschule mit ihrem Lehrer Dieter Faupel lange für einen Gedenkstein, der nun endlich, seit 1986, an das Leiden der Ungarinnen erinnert. Zum Gedenken an die ungarischen Jüdinnen, die hier vom 2.8.1944 bis zum 29.03.1945 als Häftlinge im Außenkommando Hessisch-Lichtenau des KZ Buchenwald leiden mussten. Am 3. August 1944 dachten wir, wir sind in Paradies angekommen. Es gab Graus, es gab Bäume, es gab, glaube ich, sogar ein wenig Blumen. Die Baracken wurden in Zimmer geteilt. In jedem Zimmer waren 16 zweistöckige Pritschen. Jeder von uns hat eine Pritsche bekommen. Jeder von uns hat einen sehr stacheligen Strohsack und eine sehr raue Decke bekommen. Aber das war mein Strohsack und meine Decke, meine individuelle Decke. Wir haben auch ein Gefäß bekommen und einen Löffel. Wir haben auch Kleidung bekommen, die ungefähr passte. Wir hatten Unterwäsche. Wir hatten Schuhe bekommen. Als wir unsere Kleidung bekommen haben, bekamen wir auch ein Stück Stoff, ein weißes Stück Stoff, ungefähr die Größe eines Ziegels, auf den in großen Ziffern, schwarzen Ziffern, unsere individuelle Nummer gedruckt war. Und das mussten wir am Rücken von unserem Gewand aufnähen, damit jeder sieht, wie wir heißen. Wir hatten keinen Namen, wir hatten kein Gesicht mehr. Wir waren nur eine Nummer. Wir sind mit Rude Levi in Hirschhagen, einem heutigen Vorort von Hessisch-Lichtenau, dem Ort ihrer Leidenszeit als Zwangsarbeiterinnen. Tausend ungarische Jüdinnen waren aus Auschwitz hierher gebracht worden, zur schweren und gefährlichen Arbeit in einer Sprengstofffabrik, in der auch dienstverpflichtete Deutsche und viele deportierte ausländische Zwangsarbeiter arbeiten mussten. Im Waldgut versteckt war sie eine der größten deutschen Munitionsfabriken und gehörte zur Dynamit Nobel AG, die eng mit dem IG Farbenkonzern verbunden war. Wir hatten zwei Kommandante. Der erste, der Hauptkommandant, hieß Willi Schäffer und er hat uns eine Rede gehalten, als wir angekommen sind. Ich erinnere mich nicht mehr, was er uns erzählt hat. Aber ich erinnere mich da erinnere ich mich nicht mehr. Aber ich erinnere mich an eine einzige Sache, das er uns erzählt hat. Und diese Sache war, dass er... diese Sache war, dass wenn jemand weglaufen würde, würden sie versuchen, die zu finden und wenn sie die finden würden, würden sie sie zurückbringen und sie erschießen. Wir kamen am 3. August an. Anfang September sind zwei Frauen weggelaufen. man hat sie gefunden, man hat sie zurückgebracht. Wir mussten da stehen, als sie je einen Spaten bekommen haben, ihr eigenes Grab graben mussten und sich... Und ist das so lustig? Ja, gut. wenn... und... also ihr eigenes Grab graben mussten und man sie... und dann hat man sie hereingeschossen und wir mussten sie begraben. Das war dem Vorschriften nach. Willi Schäffer, der Hauptkommandant, war kein Sadist. Er hat aber alles dann dem Vorschriften nach gemacht und das war dem Vorschriften nach. Er ist auch jeden Tag da gestanden bei der Brotverteilung und hat zugesehen, dass jeder ganz dieselbe Quantität Brot bekommt. Niemand ein größeres oder ein kleineres Stück bekommt. Der zweite Kommandant hieß Ernst Zorbach und er war ein ganz, ganz gemeiner Sadist. Das war eine Kreatur, ich sage nicht einmal Biest, weil ich will die Biester nicht beleidigen, weil das war so eine ganz gemeine, niederträchtige Kreatur, der ist nur mit einer Peitsche herumgegangen und wenn man in seiner Nähe war, hat er sie auch benutzt. Wenn er konnte, hat er einen den Kopf in die Toilette geschoben und dann hat er wirklich genossen, dann hat er, das war sein größter Genuss. Goethe hatte Unrecht gehabt. Goethe sagte mal, böse Menschen haben keine Lieder. Zorbach hat herausgefunden, dass wir eine Konzertpianistin hatten. Er hat sie von der Arbeit entschuldigt und hat ein Klavier bringen lassen, hat Noten bringen lassen und sie durfte in einem Zimmer, schönen Zimmer sitzen und den ganzen Tag üben und er ist gekommen, wenn immer er Zeit gehabt hat, zuzuhören. Also böse Menschen haben auch Lieder. Goethe hat Unrecht gehabt. Wie ich sagte, wir sind hingebracht worden, um in der Fabrik zu arbeiten. Als wir angekommen sind aus Auschwitz, sind die Vorarbeiter heruntergekommen, um uns zu besichtigen. Und sie haben gesagt, wir haben Arbeiter verlangt und nicht Skeletten und haben uns zwei Wochen lang nicht angenommen zur Arbeit. Sie hat gesagt, die sind total unnütz für uns, wir wollen die nicht haben. Und da musste die SS uns zwei Wochen lang füttern, um uns verkaufen können, also damit sie bezahlt bekommen, also von den Fabriken. Für jede Person, die da gearbeitet hat, hat die SS bezahlt bekommen. Und das ist die Rentabilitätsrechnung der SS über die Ausnutzung der Häftlinge in Konzentrationslagern. Täglicher Verleihlohn durchschnittlich 6 Reichsmark. Abzüglicher Ernährung 0,60. Abzüglich Bekleidungsamortisation 0,10. Wo bin ich? Bin ich da richtig? Also 10 und 60 machen 70, weniger 6 sind 5,30. Durchschnittliche Lebensdauer 9 Monate. Es hieß ja Vernichtung durch Arbeit. 9 Monate sind 270 Tage mal 5,30 machen 1431 Reichsmark. Jetzt kommt eines der schönsten Sätze, der obszönsten Sätze, den ich je gehört habe. Und das ist Erlös aus rationeller Verwertung der Leiche. Wenn jemand stirbt, dann denken wir doch, dass diese Person, dass die Leiche verwertet wird, rationell verwertet wird. Ich meine, es ist so gemein, so obszön, dass es nicht mehr Ärger geben kann. Also Zahngold, Zahngold, Kleidung, Wertsachen, Geld, abzüglich Verbrennungskosten 2 Reichsmark, durchschnittlicher Nettogewinn, also von dieser Verwertung der Leiche, ist 200 Reichsmark. und da ist der Gesamtgewinn nach neun Monaten, ist 1631 Reichsmark. Das hat ihnen noch nicht genügt. zuzüglich Erlös aus Knochen- und Aschenverwertung. Keine Verschwendung. Alles wurde verwertet. Und das ist der Unterschied zwischen dem Holocaust und jedem anderen Völkermord. Weil ich glaube nicht, dass bei den Armenern oder bei Ruanda oder Kosovo oder Sudan oder irgendwo so ein Dokument wie dieses da existieren würde. Und darum ist der Holocaust anders als jeder andere Völkermord. Das ist der Holocaust. Also wir haben zehn Stunden gearbeitet. Während dieser Zeit haben wir überhaupt nichts zu essen bekommen. Also wir waren dann sehr schwach, auch von der Arbeit und von dem Nicht-Essen. Und in dem Teil, wo ich arbeitete, haben wir Schmetterlingbomben, heißen die. Und das waren Bomben, die hatten eine Form von einer Birne und dann war eine runde Stange und von der runden Stange unten sind sieben Flügel weggestanden. Und die war leer und da musste man die Explosive hereintun. Es gab eine Mischstube, wo man die Pulver gemischt hat, um Explosive zu machen, die man dann in der Füllstube hereingeschüttet hat, damit die Bomben explodieren können. Einige von uns haben beschlossen, dass wir eigentlich der Wehrmacht keine effektiven Waffen liefern wollen. Und wir haben eine Sabotagegruppe gegründet. Wir mussten schrecklich aufpassen, es war sehr gefährlich, damit niemand uns errät oder verrät. Die Vorarbeiter haben unsere Dokumente angeschaut und haben gesehen, dass wir viele Chemiker haben. Sie haben die Chemiker in die Mischstube getan, weil Chemiker wissen, wie man Pulver mischt, damit sie funktionieren, damit sie explodieren. Zum Glück wissen auch Chemiker, wie man sie mischt, dass sie nicht explodieren. Von den Chemikalien, mit denen sie gearbeitet haben, wurden die Frauen sehr, sehr bald gelb. Man hat sie vom Weiten gesehen, wer in der Misch- und in der Füllstube arbeitet. Sie hießen Kanarienvögel. Von Zeit zu Zeit hat ein Kanarienvogel schreckliche Schmerzen bekommen von Vergiftung. Und sie konnte nicht mehr arbeiten. Sie ist ins Revier gebracht worden. Leider hatte die Lagerärztin kein Schmerzstillmittel. Und da mussten sie leiden. Und sie haben schrecklich gelitten. Und sie haben geschrien Tag und Nacht. Ich bin das Pferd geworden. Meine Pflicht war die folgende. Ich hatte einen ganz, ganz schweren eisernen Karren mit vier Rädern. Die vier Vorderräder waren mit einer Stange verbunden, die ich auf die Seite ziehen konnte, um den Karren zum Stehen zu bringen. Und hinten war eine Bremse, die jemand bedienen musste. Meine Mitgefährtinnen, die meisten hatten keine Ahnung, wie man eine Bremse bedient. Aber ich habe sehr großes Glück gehabt, weil ich hatte einen alten deutschen Arbeiter, der meine Bremse bedient hat. Wir durften eigentlich nicht viel miteinander, überhaupt nicht sprechen. Aber bei der Nachtschicht haben wir doch gesprochen. Er war ein Kommunist. Er war gegen allen, wofür Hitler stand und wo er nur uns helfen konnte, hat er uns geholfen. Wie er hat auch, wenn, also wenn ich diesen Karren geschoben, ich musste den Karren allererst aufladen mit 40 von diesen Bomben, sodass ich in einer Pyramide, sodass ich die Flügel ineinander gehabt hatte. Das ist mir nicht immer gelungen. Manchmal habe ich mich eilen müssen und habe es nicht so gut gemacht. Und dann ist einer runtergefallen und das war sehr peinlich, wenn es auf einem am Fuß gefallen ist, weil 25 Kilo ist ziemlich viel. Und das andere, und dadurch leide ich heute noch von der Sache. Da sind sie zu mir gekommen und wollten mich bestechen. Sie haben gesagt, wir wissen, dass du Deutsch kannst und wir brauchen deutschsprachige Vorarbeiterinnen in der Fabrik und wir stellen dich als Vorarbeiterin an. Vorarbeiterinnen hatten Privilegien und ich war sehr schwach und ich hätte sehr gerne Privilegien gehabt und hätte sie nötig gehabt. Sie hatten mehr zu essen, besseres Essen, öfters frische Kleider, Kleidung und alle möglichen anderen Sachen. Und ich, das wäre sehr schön gewesen. Aber die Vorarbeiter hatten auch Pflichten. Das war, dass ich meine Mitgefährtinnen herumschubsen musste, damit sie besser arbeiten. Und ich musste sie auch bespitzeln und anzeigen. Ich wollte eigentlich nicht sterben, aber ich wollte nicht ohne meine Integrität am Leben bleiben, ohne meinen Selbstrespekt. Und ich habe gesagt, ich mache das nicht. Ich werde niemanden bespitzeln, ich werde niemanden schubsen. Wir sind schon sehr, sehr müde sowieso und schwach. Ich werde niemanden schubsen. Sie haben versucht, mich zu überreden. Du bist so schwach, du wirst es nie schaffen. Das würde dir eine Möglichkeit geben, bessere Möglichkeit geben zum Überleben. Und ich habe Nein gesagt. Nein, danke, ich mache es nicht. Wie konnten Sie daran festhalten, in dem Krieg und im Leid? Ich konnte festhalten, weil das war meine, ich wollte nicht, ich habe mich nicht, man konnte mich, man konnte mich herunterbringen körperlich. Aber man hat mich nicht herunterbringen können. Ich habe immer meine Ideen und meine Ideale beibehalten. Und ich habe sehr großes Glück, dass ich das machen konnte. Aber es hätte mich sehr leicht mein Leben gekostet. Ich habe dreimal Sachen gehabt in Lager, wo es hätte mein Leben geben, also kosten sollen. Ich war einmal in einer Situation, das war noch in Auschwitz. Und unser Kapu hat eine Mädel, die vor 14 Jahren alt war, wollte sie ein halbes Stück Brot nur geben. Sie hat gesagt, die braucht das, das ist nichts Klein. Und ich habe gesagt, die braucht das, gerade die braucht es. Und du musst dir das geben. Und man spricht erstens mit der Kapu, spricht man nicht so. Und zweitens, und sie wollte es noch immer nicht machen. Und ich bin sie angeflogen, physisch angeflogen. Und ich bin normal kein physischer Mensch, der Menschen anfliegt und bin auch nicht aggressiv. Aber ich war sehr aggressiv. Und die hat das Brot ihr gegeben. Und von dem Moment an hat sie Respekt für mich gehabt. Ich habe nie mehr Schwierigkeiten mit dieser Kapu gehabt. Und viele Leute haben Schwierigkeiten mit ihr gehabt. Also sogar sie hat das respektiert. Wir, die in die Fabrik gegangen sind, mussten auch von Zeit zu Zeit arbeiten im Lager machen. Also mit einer Mitgefährtin bin ich herausgerufen worden. Und wir haben uns gemeldet. Sie haben zwei Frauen nötig gehabt. Und man hat uns auf einen Hügel gebracht. Und da stand Willi Schäffer mit seinem wunderschönen Hund bei seinen Füßen tot. Es war Anfang Oktober. Es hat schon geschneit. Und der Boden war gefroren. Ich war damals, hatte ich wieder mal die Sentry. Hatte ich wieder, war ich sehr schwach. Aber wir haben den Hund begraben. Der Kommandant und die zwei SS-Frauen standen dabei und sahen zu. Und als wir fertig waren, hat sich der Kommandant sehr höflich bei uns bedankt. Und von dem Moment an? Bis dem Moment war ich eine Nummer. Meine Nummer war 20.607. Da war ich nur eine Nummer. Mein Name war nicht bekannt. Und von dann an hat der Kommandant, wenn immer er mich gesehen hat, hat er mich gegrüßt. Wie wenn ich ein Mensch wäre. Und das hat mir große Freude gemacht, natürlich. Hilft Ihnen das denn auch, wenn Sie mit anderen Menschen darüber reden und an die Schulen gehen und Schülern davon berichten oder halt auch Ihr Buch schreiben? Hilft Ihnen das dann auch, damit umzugehen, was damals passiert ist? Ja, es ist manchmal sehr schwer. Und es ist auch manchmal sehr schwer, wenn ich Leute treffe. Übrigens habe ich einmal Widerstand gemacht. Jemand hat gefragt, warum ich nicht Widerstand gemacht habe. Ich habe mal Widerstand gemacht, fällt mir jetzt eben ein. In der Fabrik, als ich noch am Rollband gesessen bin, wir mussten immer singen. Und ich habe eine sehr anständige Stimme gehabt. Und ich war immer eine der Vorsängerinnen. Und eines Tages, und wir hatten Deutsche in demselben Saal, die mit uns gearbeitet haben, deutsche Frauen. Und eines Tages habe ich angefangen zu singen, die Loreley. Die Loreley war verboten. Ich habe gewusst, dass es verboten ist. Und die deutschen Arbeiter haben gesagt, ach, wie schön, und haben mitgesungen. Und als wir fertig waren, dann haben wir wieder angefangen, haben gesagt, machen wir es nochmal. Und als wir angefangen haben, ist der Vorarbeiter gekommen. Und ich habe angefangen zu schreien, was singt ihr da, das darf man ja nicht singen. Und, ach, das darf man nicht. Aber ich habe eine Geduktuung gehabt. Ja, das glaube ich. Jetzt singen. Ich habe keine Stimme mehr. Ich habe vier Töne und die sind wie eine Bassgeige. Ganz, ganz unten. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das geht mir in den Sinn. Da die Luft ist kühl und es funkt, dunkt, dunkt. Ich erinnere mich nicht mehr. Es geht nicht weiter. Das ist lange vorbei. Die Fabrik hatte kein Material mehr. Ende März 1945. Man hat die Fabrik geschlossen. Uns hat man evakuiert. Man hat uns ins Osten zurückgebracht. Nach Auschwitz konnte man nicht mehr, weil am 27. Januar wurde Auschwitz befreit. Man hat uns nach Leipzig gebracht in ein Lager, das ein wunderschönes Lager war. Wir hatten Leintücher, wir hatten Kissen. Jeder hatte ein schönes Bett. Es waren sehr viele Brausen da. Alles war wunderbar. Wir haben nicht verstanden, wieso man uns in sowas gebracht hat. Auf jeden Fall, nächsten Tag in der Früh hatten wir einen Bombenangriff von den Amerikanern. Es hat sich herausgestellt, das war ein SS-Lager. Und die SS hat man herausgezogen und man hat uns hingebracht, weil sie einen Bombenanfall erwartet hatten und lieber uns da haben wollten als die SS. Und ich bin eben gelegen in meinem Bett und eine Freundin ist unter mir gelegen und die hat gesagt, ich habe schreckliche Angst. Die meisten haben sich hingelegt auf die Erde und sie hat gesagt, ich habe sehr Angst. Und da habe ich gesagt, gut, dann legen wir uns auch auf die Erde und habe sie bei der Hand gehalten und die nächste Minute war ihr Kopf in zwei gespalten. Hat ein Teil von einer Bombe sie erwischt. Die Baracke ist abgebrannt. Als ich da gelegen bin, habe ich nur ein ärmelloses Flanellhemd angehabt und war barfuß. Alles, was ich gehabt habe, ist verbrannt und man hat uns dann durch das brennende Leipzig gebracht. Es war der 7. April und man hat uns außerhalb Leipzig in das nächste Lager gebracht. Das hieß Tekla und in Tekla waren wir etwa 15.000 Menschen, Frauen und Männer, alle in verschiedenen verdorrten Zuständen. Am 12. April hat die Mannschaft ihre Klamotten auf hölzerne Karren getan, die wir ziehen und schieben mussten. Und wir mussten sehr schnell gehen. Und wir sind vom 12. April bis zum 22. April herumgeschoben worden. Also wir sind in die Richtung Dresden zur Elbe gekommen und bei der Elbe waren wir einmal auf der Seite und einmal auf der anderen Seite von dem Fluss. Und wir sind auf unseren Todesmarsch ausgesetzt worden und sind zehn Tage ohne Essen gegangen. Jeder, der zusammengeklappt ist oder nach einer kurzen Pause, wo wir uns hinsetzen durften, nicht aufstehen konnte, wurde sofort erschossen. Und wir wurden immer weniger und weniger. Die Amerikaner kamen vom Westen, die Russen kamen vom Osten und als wir auf der amerikanischen Seite waren, hat uns meistens ein kleines amerikanisches Flugzeug mit begleitet. Wenn sie eine deutsche Uniform gesehen haben, haben sie geschossen. Wenn sie die Deutschen, darum haben die Deutschen Wachen über ihre Kleider, also gestreifte Konzentrationslagerjacken angezogen, damit man nicht sieht von oben, dass sie deutsche Uniform haben. Und sie haben uns gejagt und wir haben nichts zum Essen bekommen. Am 22. April 1945 waren wir auf der russischen Seite in einer Lichtung nicht weit vom Fluss im Wald und ein kleines russisches Flugzeug ist um uns herum geflogen und hat geschossen, aber nicht auf uns. Da waren schon die Russen. Die Nacht haben unsere Wachen wahrscheinlich beschlossen, dass sie lieber in die Hände der Amerikaner kommen als in die Hände der Russen. Und so haben sie uns sehr früh aufgeweckt und zur Brücke geführt, um auf die amerikanische Seite zurückzukommen. Ich konnte beinahe nicht mehr gehen. Ich war sehr, sehr schwach, habe mich ganz mit schwerer Mühe und Not nur bis zur Brücke geschleppt. Als wir auf die Brücke, es war noch dunkel, Als wir auf die Brücke gegangen sind, fing ein Sonnenaufgang an, der eines der schönsten Sonnenaufgänge war, den ich je erlebt habe. Und während wir die Brücke durchkreußen, ging das zu. Und als wir am anderen Ende angekommen sind, war die Sonne oben. Ich bin zusammengeklappt und ich habe gewusst, das ist das Ende. Jetzt werde ich erschossen. Und es hat mir nichts mehr ausgemacht. Zwei Wachen sind hingekommen, haben mich angeschrien, steh auf, ich konnte nicht. Sie schubsten mich mit ihrem Gewehr. Und dann sagte der eine, aber lass die doch, die ist doch keine Kugel mehr wert. Und sind tatsächlich weggegangen, um die zu jagen, die noch an ihren Beinen standen. Und haben mich dagelassen. Und darum bin ich hier und konnte diese Geschichte erzählen. Nachdem Sie da liegen geblieben sind, wer hat Ihnen dann geholfen? Die anderen sind ja alle weggegangen. Zuerst hat mir niemand geholfen, aber es war schrecklich kalt. Und ich habe ein Holzgebäude gesehen, das nicht zu weit war. Und da habe ich mich wirklich an meinen Bauch irgendwie hingebracht, in dieses Holzgebäude. Und da waren Pferde drin, das war ein Pferdestall. Es war sehr schön warm da drin. Und da bin ich gelegen und dann ist ein deutsches Mädchen gekommen, ein junges Mädchen gekommen. Die hat mich da gesehen und hat gesagt, du darfst da nicht bleiben. Die Pferde gehören den Soldaten und die stehen da draußen. Und du sollst nicht hier bleiben. Aber dort ist eine Tür. Geh dort herein, dort ist eine Scheune. Und versteck dich in der Scheune. Und das habe ich auch da, aber warte jetzt. Und dann ist sie weggelaufen. Und sie ist zurückgekommen mit einem Stück Brot. Und dann habe ich mich also da reingegeben in die Scheune. Und da habe ich zwei Freunde getroffen, die mit mir im Lager im selben Zimmer waren. Eine Mutter und eine Tochter, eben diese 14-Jährige, die ich damals, weswegen ich mich damals mit der Kapu gehaut habe. Und mit denen sind wir da gelegen. Und wir haben angefangen zu schlafen. Und plötzlich wachen wir auf, dass die Tür aufgeht mit einem großen Rumpus. Und da stehen fünf Männer mit Messer und mit Schießgewehr. Das waren russische Kriegsgefangene, die in der Gegend bei irgendeinem Bau gearbeitet haben, der sie sehr, sehr schlecht behandelt hat. Und die haben sich jetzt auf der anderen Seite von dem Fluss haben sie sich den Russen in die russische Armee hereingegangen. Aber man hat ihnen erlaubt, zurückzukommen in der Nacht mit einer Patrouille und zu suchen diese Bauern, um die zu ermorden. Und sie haben keine Bauer gefunden, sondern drei total ausgehungerte Frauen. Also Frauen waren wir nicht mehr, wir waren nur Skeletten. Wie sie gesehen haben, dass wir keine Frauen sind, aber dass wir Skeletten sind, sind sie gegangen und haben ihren Kommandanten gerufen. Und der hat Deutsch gesprochen. Und der hat ihnen gesagt, sie sollen Betten bringen. Und sie haben uns auf den Bauernhof gebracht am ersten Stock. Und wir sind da geblieben. Und sie haben gesagt, jetzt gehen wir und versuchen noch, den Bau zu finden. Aber wir müssen um sechs, sechs Uhr früh, müssen wir drüben sein in der Armee. Und wir nehmen euch mit. Und dann wird man euch nach Hause schicken, nach Ungarn. Und ich habe gesagt, ich gehe nicht mit. Ich gehe nicht nach Ungarn zurück. Und plötzlich höre ich, war nicht weit vom Fenster. Und plötzlich höre ich Französisch reden. Und so habe ich mich zum Fenster begeben und habe ihnen zu wissen gemacht, dass da jemand oben ist, der auch Französisch sprechen kann. Und die sind heraufgekommen. Das waren zehn Kriegsgefangene, französische Kriegsgefangene, die jetzt frei waren und sich da beim Brunnen gewaschen haben. Die sind heraufgekommen und haben gesagt, jetzt gehen wir 29 Kilometer von hier, ist der Ort Wurzeln. Und da ist der amerikanische Befreiungspunkt. Und wir gehen dorthin, komm mit. Also es war überhaupt keine Rede davon, dass ich mitkommen konnte, dass ich überhaupt, ich konnte mich nicht einmal aufsetzen. Ich war so schwach. Und da sind sie weggegangen. Plötzlich kommt einer zurück und er hat gesagt, ich lasse dich nicht so. Ich werde dich füttern, bis du auf deine Beine kommst. Und dann gehen wir zusammen nach Wurzeln. Und er war sehr, sehr gut zu mir. Und er hat mich wunderbar behandelt und hat wirklich ganz, ganz besonders gut. Aber, und ich habe mich in ihm verliebt. Also wir waren Tage zusammen und er hat mich fantastisch versorgt. Und er hat gesagt, er war auch verliebt in mich und er möchte mich mitnehmen nach Frankreich und mich heiraten. Und ich war immer sehr frankophil. Frankreich war für mich immer mein Traumland. Und wir sind auch nach Frankreich gegangen. Aber er war in Toulon. Die Reise hat über einen Monat gedauert. Und er hat überall unterschrieben, dass er mich heiraten wird. Als wir in Toulon, wo er zu Hause war, angekommen sind, wurden wir ausgefragt vom Roten Kreuz da. Und dann hat er plötzlich gesagt, ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause allein. Ich werde, weil meine Mutter doch nicht weiß, dass ich komme und ich hole mich dann ab. Aber er hat mich nicht abgeholt. Aber da er unterschrieben hat, musste er mich abholen. Ist die Polizei gegangen, hat ihn geholt und er musste mich mitnehmen. Seine Mutter und seine Schwester, wenn das sie überhaupt waren, waren nicht sehr glücklich. Ich habe sehr viele französische Filme gesehen und das habe ich immer sehr romantisch gefunden. und der hat mich und die Frauen, die zwei Frauen, also Mutter und Tochter, sie war 16, blondhaarig und sehr schön, mit der ich das Bett teilen musste. und der Mutter habe ich geholfen, so viel ich konnte. Aber sie war nicht sehr glücklich, also nicht sehr glücklich, dass ich da war. Und er ist verschwunden. Und die haben mich am Abend in den Hafen gebracht und da sollte ich tanzen mit Männern. Sie haben getanzt mit Männern. Von Zeit zu Zeit sind wir verschwunden. Ich habe mich geweigert zu tanzen. Ich habe mich geweigert zu trinken, weil ich habe gesagt, ich will nur mit meinen Verlobten tanzen und mit meinen Verlobten trinken. Aber der war nicht da. Und ich war sehr naiv. Trotzdem, wenn ich 21 Jahre alt war, war ich sehr naiv. Es hat mir drei Tage gedauert, bis ich wirklich verstanden habe, dass die zwei Frauen Huren waren und dass man von mir erwartet hat, dass ich das Leben von meinen Verlobten verdiene und mitarbeite mit ihnen. Und das habe ich gesagt, das mache ich nicht mit. Das ist nicht, wofür ich am Leben geblieben bin, um so weiterzumachen. Und da habe ich gesagt, ich möchte ihn sehen. Also nach ein paar Tagen habe ich gesagt, Sie müssen ihn mir verschauen. Also ich muss mit ihm sprechen. Und als endlich er da war, habe ich ihm gesagt, hör mal zu, da kann ich nicht bleiben. Und dann sind wir zur Station gegangen und er hat gesagt, warte hier, ich schaue, ob sie da sind. Und er ist mit zwei Polizisten zurückgekommen, die mich abgenommen haben und in eine Zelle geworfen haben. Er hat ihnen erzählt, ich wäre eine SS-Frau. Und er hat herausgefunden inzwischen, dass ich eine SS-Frau war und er will mich nicht mehr, so kann er mich nicht heiraten. Und so hat man mich eingesperrt. Und wie ich sage, ich war viereinhalb Monate eingeschmerrt mit Faschisten und Nazis. Und bis es sich, und da sah ich in der Zelle und da habe ich ein Stück Glas gefunden. Und weil ich gesagt habe, wenn man mir sowas antun kann, dass ich mich in meinen Mensch so täusche, dass er mir das antun kann, dann will ich nicht weiterleben. Aber es hat viereinhalb Monate gedauert, bis ich frei geworden bin. Aber ich bin ein ziemlich glücklicher Mensch. Trotz allem, was mir passiert ist im Leben. Und es ist mir ziemlich viel, außer Schoah, ist mir auch sehr viel passiert noch. Nachher, viele Jahre nachher. Not und Elend sind nach Kriegsende für Trude, wie für viele andere Überlebende der Schoah, noch nicht zu Ende. Es beginnt eine Odyssee, die sie uns nach und nach erzählt. Sie will nicht in das antisemitische Ungarn zurück. Auf Umwegen gelangt sie nach Paris, wo sie 1946 einen Flüchtling heiratet, einen ungarischen Geiger. Sie leben unter ärmlichsten Bedingungen. Die Heirat ist eine Katastrophe. Stefan ist, wie sie später herausstellt, seelisch schwer krank. Trotzdem folgt Trude ihm 1948 nach Südafrika, wo er ein Engagement und sie eine Arbeitsmöglichkeit in Aussicht hat. 1949 kommt ihr gemeinsamer Sohn Ilan zur Welt, mit dem sie kurz danach nach Israel geht, um ein eigenes Leben anzufangen. 1951 kehrt sie jedoch zu Stefan nach Südafrika zurück. Die Politik der Apartheid geht ihr gegen den Strich. Mit südafrikanischen Papieren kann die Familie 1957 nach England übersiedeln, wo sie ein Jahr später die britische Staatsangehörigkeit bekommt. Zwölf Jahre ist Trude staatenlos, mit den entsprechenden Schwierigkeiten. Seit 1957 lebt und arbeitet sie in England. 1970 heiratet sie ein zweites Mal. Wie ist es Ihnen denn gelungen, Ihren Lebensmut zu bewahren in den Konzentrationslagern? Es waren wahrscheinlich zwei oder drei Sachen. Das eine war, dass ich gestohlen habe in der Fabrik, bin ich einmal durch einen Saal irgendwie durchgegangen und da waren Flugblätter, die nur auf einer Seite beschrieben waren, also begrüht waren. Und da habe ich die gestohlen. Und habe irgendwo zwei hauptzerrissene Pappendeckel gefunden und ein Stück Strick und habe mir ein Buch gemacht. Und in dem Buch habe ich mir, ich habe eine anständige Stimme gehabt und ich habe sehr, sehr viele Lieder in verschiedenen Sprachen gekannt. Ich bin damit aufgewachsen, also allererst Schubert und Schumann und Brahms und dann auch mit ungarischen, sehr vielen ungarischen Volksliedern. Viele hebräische Lieder habe ich gekannt und ich habe eine anständige Stimme gehabt. Man hat mich immer gebeten, dass ich singen soll. Also die Mitgefährtinnen haben mich immer gebeten, ich soll singen. Und ich habe aber dann langsam die Texte vergessen und die habe ich dann in dieses Buch alle aufgeschrieben und die Gedichte, die wir gelernt haben, habe ich aufgeschrieben. Das hat mich mit meiner Vergangenheit noch irgendwie verbunden. Ich habe mein Buch gehabt und das Buch war für mich irrsinnig wichtig. Ich habe das Buch gehabt, das Buch, das war eine sehr komische Sache, als wir in diesem SS-Lager waren, als wir in diesem SS-Lager waren und unsere Baracke abgebrannt ist und ich alles verloren habe, plötzlich schreit jemand und sagt, Trude, dein Buch ist hier. Und am Rand war es ein bisschen angebrannt, aber es war wirklich alles abgebrannt und da lag dieses Buch. Das war mein Talisman. Das war die einzige Sache, die ich besessen habe. und mit der bin ich also noch am Todesmarsch mitgegangen und ich habe immer gesagt, dass solange ich das habe, bleibe ich am Leben. Und die letzte Nacht habe ich es wahrscheinlich dort liegen lassen. Ich war schon zu schwach. Und die letzte Nacht habe ich es verloren. Und das hat mir immer wehgetan. Und das habe ich gewusst, jetzt kommt mein Ende. Weil das war, was mich angehalten hat. Und ich habe Freundschaften, Freunde, Freundschaften gebunden. Und das hat mich auch am Leben gehalten. Und außerdem habe ich meinen Humor nie verloren. Ich konnte noch immer lachen, sogar dort auch. Konnten wir noch immer lachen, manchmal. Mich würde mal interessieren, ob Sie viele Albträume gehabt haben nach der Zeit oder ob Sie immer noch welche haben. Nach dem Krieg war ich auf Beruhigungsmittel und ich habe schreckliche Albträume gehabt. Und meine Albträume waren so, dass ich eventuell mit jemandem gesprochen habe, bin da gesessen und habe mit jemandem gesprochen, irgendetwas erwartet. Und plötzlich bin ich steif geworden. Und ich konnte nicht raus. Ich konnte ganz einfach nicht, ich habe mich nicht getraut, mich zu bewegen. Es war schrecklich. Es war ganz, ganz gemein, ganz schrecklich. Und bis ich dann endlich irgendwie mich bewegt habe und einen Tropfen Wasser getrunken habe, dann ist es dann vergangen. Und das ist am Tag auch gekommen, in jeder Situation. Und das war sehr, sehr lange. Das hat sehr lange gedauert. Und ich habe dafür Medikamente nehmen müssen und ich habe Medikamente genommen auch zum Schlafen, weil ich konnte überhaupt nicht schlafen am Anfang. Ah, dieses Bild, ja. Dieses Bild hat ein Südafrikaner, ein junger Südafrikaner hat das gemacht, dieses Bild. Von ihm? Es ist, ja, von mir. Ich glaube, eher mehr später, wo du sie dann kamst. Ich weiß nicht, sehr viel. Aber das war schon viel später. Und das ist leider heruntergefallen und darum ist es so zerfetzt. Weil erstens, ich wollte aus Südafrika weg. Warum? Weil ich weder Apartheid und, und, ich habe sehr viele Freunde gehabt, die eigentlich eingesperrt waren. Und ich habe Freunde gehabt und ich durfte überhaupt nichts Politisches sagen, weil mich hätte man eingeschwert. Und so habe ich stillbleiben müssen und das hat mir nicht sehr gepasst. Na, England war ich sehr unglücklich. Am Anfang, bis ich mir ein paar Freunde gemacht habe und Freunde geglaubt habe. Am Anfang war ich sehr unglücklich in England. 1959 findet Trude Lewy endlich Arbeit, die sie ganz ausfüllt, in der Wiener Library. Die Wiener Library war die erste Bibliothek, die wurde gegründet von Dr. Alfred Wiener, aus Berlin. Und der hat angefangen, eine Sammlung zuerst für sich zu machen. Und dann ist die Sammlung größer geworden und größer geworden. Das war Sammlung alles, was mit dem Holocaust zu tun gehabt hat. Er hatte Zeitungen und alles, alles hat er zusammengesammelt. Und das hat er durch Jahre gemacht und dann ist es also nach Holland gegangen und aus Holland mit dem Dr. Wiener und aus Holland nach London. Ich war angestellt als Katalog, Katalog dazu, also mehr alles zu katalogisieren. Und da habe ich gearbeitet. Da war ich viereinhalb Jahre. Ähm, Trude? Hier habe ich zwei Fotos von einer Universität, so wie es mir scheint, Chemielabor. Das Ilan, Ilan, ja. Da ist Ilan. Und er unterrichtet. Hier dann auch. Und er hat unterrichtet, die Klasse. Er war Genetiker. Genetiker. Ja. Ich weiß nur, ich weiß nur von denen da, nein, das ist der Professor. Das ist mein Sohn. Waren Sie stolz auf Ihren Sohn? Das war in der Schweiz. Waren Sie stolz? Bitte? Stolz auf Ihren Sohn. Ich war sehr stolz auf meinen Sohn, weil er hat überall hat er den ersten Preis bekommen. Und er war sehr, sehr, sehr begabt. Aber die Katastrophen sind noch nicht zu Ende. Ilan ist ein geliebtes und hochbegabtes Kind. Er studiert Biologie, heiratet, hat Sohn und Tochter und ist mit 26 Jahren bereits Professor in Zürich. Sein Selbstmord im Sommer 1979 ist für Trude Levy ein weiterer, schwerer Schicksalsschlag. Sie macht Hitler und sein mörderisches Regime für Ilans Tod verantwortlich. Die Schoah hat Auswirkungen auch auf die nachfolgenden Generationen. Haben Sie jemals so eine Art Entschädigung bekommen? Also natürlich kann man das nicht anders entschädigen, aber dafür, was Ihnen passiert ist im Krieg, weil sowas gibt es ja eigentlich. Ich habe nach 28 Jahren Fechten eine kleine Rente bekommen. Und die habe ich noch immer. Das ist eine ganz kleine Rente, aber die hat man mir gegeben. Und seitdem haben wir noch, ich glaube, ein oder zweimal haben wir etwas Kompensation, also ein einzelnes Kompensationsgeld bekommen. Ich arbeite da unter der Decke. Da drinnen, da oben habe ich gearbeitet. Ganz oben? Am letzten Tag unseres Besuches in London ist Elaine Ledermann, Trude Levis ehemalige Assistentin, zu einem Gespräch mit uns gekommen. Das ist die Elaine und die hat mit zwei Jahren gearbeitet, meine Assistentin, einmal in der Woche. Und dort ist die Elaine. Das ist die Elaine mit Englisch und Augenkrieg. Es war eine Ausbildung, mit Ihnen, Trude. Es war eine Ausbildung für mich. Danke sehr. Hatte sie dich inspiriert? In der Weise sie verhavet? Ich denke, es ist schwierig, zu sagen, wer Sie in der Leben ist, aber sie ist sicherlich jemanden, das ich liebe. Ich liebe sie für ihre fearlessen VIEWS. Sie hat immer eine Frau mit sehr starken VIEWS. Und wenn sie nicht like jemanden, sie will tell you. Und sie ist total... Sie ist honest in ihr dealings, wenn es anything financial oder praktisch ist. Aber sie ist also total honest in der Weise sie ist mit Leuten. Was you see ist, was you get. Das ist Trudy. Sie ist komplett offen. Und, ja, ich sehr viel admire das. Und ich auch admire her passion für life und für her interest in equality issues und justice und immer being interested in young people. Ich denke, es ist einfach. Es ist einfach eine remarkable Frau. Ich bin, ich bin, ich wusste, ich wusste, über die war. Ich bin, ich bin, als eine Jewish Person in diesem Land und es war immer etwas remote. Es war 6,000,000. Ich denke, Trudy war die erste Person, die ich kennengelernt habe, eigentlich eine Survivor. Sie war immer unemotional, wenn sie über die Krieg gesprochen haben. Nein, es ist nicht schwer für mich. Es ist nicht schwer für mich, weil ich habe den Eindruck, dass ich es machen kann. Ich mache es nicht mehr so gut wie früher, aber ich kann es noch immer machen. Und ich habe die Pflicht zu sprechen. ich finde, der Nachklang, den ich bekomme, also die Briefe, die ich bekomme, dass ich etwas doch gegeben habe, doch irgendwie gezeigt habe, ein bisschen Leuten nachzudenken. Und dadurch ist es nicht schwer für mich. dass ich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020